da sind wir wieder nach einer langen pause längeren pause und längeren pause sind wir wieder aufstammt sind wir kurz mal wenn man mal schnell ein aushaltshilfe hat während einer abwesenden hausgeburt ist das 53 hallo wie geht es dir ich freue mich dich wiederzusehen das ist schön aber wie geht es hier vor mir wieder zu sehen war gut gemacht was stehen da noch darunter und gott ist eben viel gut gemacht die mode abschluss von schulprojekt hat einen positiven einfluss auf deine noten macht weiter so dem ziehen ort ist eine schule blablabla blablabla okay das können wir einfach mal löschen weil ich sagen das kohle schon einfach mal spontan okay was haben wir das stadt so muss ich mal schauen was hier so an starten und wer ist das jetzt gerade ich mir das ist der team wir haben jetzt noch den band natürlich schlafen okay er sollte schlafen okay alles klar was hat er für ein programm hat er schlafen alles klar ja machen er möchte jetzt schlafen gehen so das heißt es ist der kleine werden und ich schlafen alles klar sie gesichter verändert irgendwie kommen die gesichter so anders vor er würde ja noch ein update gemacht zwischendurch hat sich etwas verändert mir fehlt es aber ich mir machen das immer noch zu sehr an details so was darf man sich starten hier draußen musste draußen aktiviert okay alles klar machen wir dann wenn soweit ist gut ist ja fleißig am kochen okay ich würde gerne das haus und wenig vergrößert was auch nicht wie ich das machen soll ich habe noch keinen gezielten plan was das ist ein fahrer die haushalte rändern ja ja okay so jetzt die wäsche ist schon mal gut hochgradig multiviert muss ich sagen hochgradig multiviert kann ich nur sagen ich muss mich jetzt überhaupt hier zurecht finden ich habe so lange pause gemacht ich hatte einfach keine lust zu spielen und auch keine lust irgendwas aufzunehmen ich weiß noch nicht ob ich das hochlade das ist die folge der neuen youtube richtlinie das ist ich da wie ich ambitionen habe irgendwas also jetzt ich kann mal schnell machen das hat der kleiner seine taschengeldkasse und sagt sein strumpf ich bekomme wieder mal kein satz zusammen das vielleicht auch ein grund ist mag sein mag sein so haben wir da ist alles sauber soweit was das hier für ein buch grundschulaufgaben hausaufgaben erledigt ist ein wichtiger schritt ja brauchen wir jetzt aus der grundschule raus dass wir als relikt da so liegen da irgendwie ja was eine interessante zeit in timo ja sehr groß schade aber darauf erarbeitet man immer hin aber darauf hin dass man halt irgendwann groß wird seine projekte hier baut hätte sich auf diesen kleinen bänden dazu getan damit wir noch mal ein bisschen ja klein zwerg ist lustig und auch die reaktionen animationen die sie haben das ist immer noch nicht glücklich ja 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 okay ja schauen wir machen so du musst halt schlafen erst mal schlafen 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 können wir mal ein bisschen herumfliegen aber kann ich kann nicht so weit weg meine grenze habe ich hier okay was wir machen könnten wir ja eigentlich hier ein anbau machen aber ich habe kein geld wir haben kein geld wir können noch nicht was machen hier das buch okay aber diese walter peter die hat irgendwie was oder wenn ich schon hat was was irgendwie auch das herrschen an die burg dazu soll timo die klassenkameraden olivia zu sich an ich weiß jetzt ja so liebiger denn olivia gott name echte strafe okay das mal kommen was immer kommen die olivia es ist ein traum wir müssen gucken er hatte hunger gehabt soweit ich weiß man kann ja meist mal hier ein gericht nehmen dann kann man erst mal essen gute idee das bringt bis dann energie okay olivia sieht gar nicht aus wie eine olivia sehr nett sehr nett sehr nett sehr nett ach so nein freundlich über tanztechniken reden okay feste geschehen was schon feste geschehen ist die zickig diese wälzige nein sie magt es nicht was hat die freundlich bewunderlos klingelt irgendwas klingelt hier unwohl fühlt sich unwohl lockere unterhaltung freundlich angst vor vampir sind zu geben ein outfit zu zeigen andere sims hat karriere fragen über tanztechniken mhm abimi schrozies newloid traumatische geschichte erzählt sie vielleicht kann das so neben essen machen es scheint zu gehen essen und erzählen das geht so okay die verstehen sich ja fantastisch anscheinend aber ach er soll gehen oder was warum hat er so grüne zähne grüne zähne also blaue zähne was ist denn da los sag mal das stimmt doch fast nicht guck mal die zähne an guck mal die zähne an ja was ist denn da los warum hat er grüne zähne ja jörno unga guma der hat noch nie grüne zähne gehabt mhm mhm die textur von den klamotten sind noch so unscharfer aus finde ich ja nix okay alles satt ach so was er tun muss wenn er fertig ist ist das hier äh weglegen ne so energie ist die langer spaß ist gering komische zähne was dagegen tun was ist der gammel dran im schrank ist nichts vergammelt ist so nicht so gezeigt dass wir nicht an spontan so richtig zähne vielleicht hilft das ja aber sie mag lieber spaghett sie auch ruhen sie hat sich ja das genommen ich stelle die haben aber schon kohldampf immer zu ihren setzen sitzen zu ihr was mit dem los okay ich schlafe noch so lustig jetzt ist er weg okay ich habe noch keinen spaß nicht so spaß macht er für ihn da war was musik So, jetzt auf, da macht Musik. So, wer was tun? Wir musikspielen. Lied singen. Gefühl vorspielen. Das macht geil. Das ist schön. Ach ja, guck mal. Okay, Spaß 0. Und da los. Regino. Träge ich jetzt hier auch. Sehr sehr verbessert. Buschern. Dampfnüscher. Oh, ich bin schon. Ich bin schon. So, was ist der Lerner? Was ist der Lerner? Was ist der Lerner? Was ist der Lerner? So, jetzt los, los. Dann gehen wir mal, zeigen wir mal, das wird. Tschüss, tschüss, tschüss. Die Handweißer. Wir müssen das hier noch machen, das hat der Spaßfaktor über den Feld. So, jetzt gehen wir hier los. Schöpfen, schläft. Schöpfen, schläft. Mal sehen, du macht euch. Dann los mit ihr. So, jetzt schläft. So, jetzt schläft. Jetzt schläft. Jetzt schläft. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir auch hier an der Stelle Schluss und Pause. Und dann machen wir noch eine Folge nachher. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ich habe hier gerade keine Ruhe erreicht. Ich muss dann mal eine Pause machen. Ciao. Ciao. Ciao.